es ist immer der mimic und der ist aggressiv brutal jung gut aussehen was ist tot moin leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge phasmophobia wir sind heute im willow street house und ich habe gerade einen tipp gelesen du sollst die bildschirme beobachten um den geist leichter zu finden kein plan wie wahrscheinlich mit dem schei sensor denn haben wir nicht hast du den schlüssel also wir brauchen geister event kruzifix um eine jagd zu verhindern und den geist durch salz wandern lassen der geister ist eric eric wilson letzte egge da kam ich nicht hin keine ahnung also vielleicht mit hilfe von bewegungssensor und schei sensor kannst du den besser orten möglicherweise ich weiß es nicht ich finde am besten geht das immer noch mit thermometer oder wenn du halt irgendwelche phänomene hast so ein bisschen kript ok let's go warte warte zu spät zu spät ich wollte noch einmal ja ich wollte noch einmal wenn wir die tür aufmachen so ok let's go aber knochen im flur geräusch links in der garage noch ein geräusch links in der garage knochen immer noch im flur ich mache strom an im keller sind die türen auf könnte das geräusch auch hier gewesen sein eric eric bist du hier nö ist nur die tür auf eric bist du hier eric ist in der garage wie ich gesagt habe geräusch in der garage kurz verwirrung mit der tür ja ich hole ich hole die schlüssel ich bin voll ja das war hier vorne die tür hier vorne die tür das ist die hier die hier die hat sich bewegt jetzt geht es eric an den kragen eric du alter schmutz pink wo packen wir denn die kamera hin da hier ist auch geil perfekt das war ich nicht ob keine tür kein fenster kann man nicht reingucken wenn ihr wieder von ein bisschen mit genau nach aufbauen wurde er sehr aktiv ist ok let's go ist ein richtiger ohrwurm was machst du da wurdest du angefahren versicherungsbetrug die wurde gar nicht angefahren der motor ist kalt habe alles gesehen und noch ein kreuz mimik mimik das ist immer der mimik und der ist aggressiv brutal jung gut aussehen was ist tot ja ich wollte es ein bisschen weiter in der ecke ja da wollte ich das haben so cool die spukt die geisterbox geräusch lalalalala 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 mimik mimik ich sag dir das der mimik brauchen wir eigentlich auch von dem anderen kram gar nichts mehr mitnehmen habe ich schon ich nehme mal so ist hier eben wenn das licht geplackert jetzt jetzt voll verwirrt okay ich sage es dir mal so richtig ein ich müsste noch ein foto ich habe ein skill ist der wahnsinn heute habe ich es drauf aber extrem einfach mal ein foto machen rotos nix ist ja schön drauf was war das wir temperaturen wir brauchen noch mal fingerabdrücke die habe ich nicht fotografiert ich will den knochen warte hier war noch manchmal der spiegel ist aber auch nicht da oder ein pinsel ein pinsel ist da eric müssen die tür im auge behalten wegen fingerabdrücke was kommt denn noch in frage beweise wir haben ja die habe ich schon wir haben gefrier fingerabdrücke ich meine fingerabdrücke an der tür dämon hantu jinn was haben wir denn da noch über dämon ist doch buch ne ja hantu du meinst wegen den orbs der hantu aber es könnte ja auch noch der mimic sein aber hast recht also es können nur noch die beiden sein hantu oder mimic das ist schwer mimik kriegst ja nur raus wenn der wirklich anfängt zu brabbeln hantu ist aber auch immer sehr aggressiv hier schwebt hier über den truck ich gucke mal wegen verfluchten habe ich oh gottes willen du blöder affe alter ich habe mich so erschrocken ich habe richtig gezuckt das war sowas von nicht nett ne absolut nicht wir brauchen noch ein geister event auch verflucht haben wir äh knochen haben wir fingerabdrücke haben wir nicht hast du die uv hier drinnen gelassen äh die habe ich bei mir hat sie echt wieder mitgenommen unfassbar ja skandalös denke ich du lernst nicht dazu da ist noch eine im truck du kannst meine haben wenn ich mit deiner sterbe weil ich vollgepackt bin okay diesmal hatte ich noch einen platz frei wo wo war er ich habe ein geister foto und ein fußabdruck und tarot karten und ein fußabdruck und ein knochen ne falsche richtung andersrum ich will nicht sterben ich will nicht sterben ich kam nicht hinterher ich bin aus versehen ich habe das buch offen gehabt und bin danach erstmal in die falsche richtung gelaufen so ne drecksau ich will ich will halt nicht sterben und dennoch gewitter interaktion hey haben wir das dingst event geister event könnte das sein ich guck mal ich guck mal jo du musst jetzt nur noch den geist mit dem kruzifix an der jagd hindern warum ich ja weil wenn du das geschafft hast haben wir alle quest warum nicht und hat hat mich wieder um oder was also gehst du rein ja gut wollen wir dann fahren oder wollen was riskieren wir haben ja so alles wir haben alle beweise wir haben den knochen wir haben verfluchten gegenstand wir haben den geist wir haben uns eingeschifft alles cool du bist hier die ganze zeit am schreien ja wir haben uns beide eingepinkelt ein bisschen nur ein bisschen und eingekackt ok dann fahren wir jetzt los wir sehen uns in der base ich sehe dich auf der anderen seite tim drüchte mal guckt etwa ein hantu ja ich habe es gleich gewusst ach komm ich ne es kann doch der und der und der es hätte halt noch der mimix sein können ja es hätte aber ja aber es hätte ne ja gut da habe ich nicht gescheitert ja ok ja ist dein fehler gebe ich zu bin ich bin ich early da rede ich auch gar nicht um den heißen brei rum ist dein fehler und das gestehe ich mir ein das gestehe ich wieso höre ich mich bei dir hoch an das gestehe ich mir ein als wenn du helium gerade genommen hättest ja bin ich cool so das war eine weitere folge phasmophobia ein handdu haben wir wieder mal gelöst den fall ich hoffe wir sehen uns das nächste mal du hast ein bisschen geholfen ein kleines bisschen minimal ich hoffe wir sehen uns das nächste mal wieder das video hat euch gefallen bis dahin machts gut ciao tschau 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 tschau